So Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Yoshi's Island fürs SNES Und ich würde sagen, ich rede nicht lange drumrum, sondern wir stürzen uns in die erste Festung Und zwar Xyllebos Festung So, wenn wir hier das Ding aufschießen, könnt ihr euch ein paar Münzen greifen Und hier das gleiche Zack Ja, aber hier gibt es so ein paar Stellen, wo das passiert Und von den Stachelteilen hier besser nicht klopfen lassen Und hier will ich auch wieder kein Pfannkuchen werden Und da sehen wir schon die Mini-Version von unserem Endgegner Zack Alter, nein Fick dich So, zack Hier oben könnt ihr zwar auch lang gehen, aber Dann kriegt ihr eben keine Wow, nicht platten lassen Kein Pfannkuchen Heute gibt es keinen Pfannkuchen Bingo Fick So, zack, 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 zack Alle drei Stichsreihe Und Wo bist du? Alter Alter Knappe Kiste... Das war ja klar. So, beim Testspielen ist mir das nicht passiert. Ach ja. Vorführeffekt, du lässt uns nie im Stich. Jetzt lass ich mal die Eimer Eimer sein. Kein Pfammkuchen. So, zack, zack, zack. Nochmal. Bingo! So muss das laufen. Und jetzt bitte nicht wieder in die Lava fallen. Zack. Das nervt schon ein bisschen. Ach, scheiß drauf. Dieses Mal nicht. So, jetzt einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, viermal, achtmal, nein! Ja, Vorführeffekt, du lässt uns nie im Stich. Nochmal. Alles so langsam. Regt mich wieder auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. und pop. Da, 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 da. Und so weiter geht's. Und dieses Mal bitte. Die lasse ich jetzt mal in die Tür. So. Dieses Mal nicht. So, zack. Jetzt können wir da endlich rein. Rein auch. So. Und hier fällt es wieder eins runter. Hier, fern los. Äh, ja. Hier müssen wir jetzt die Brücke nehmen. Alles altbekannt. Nein! Man! Fünf Minuten schon nur Fails. Alter, das ist doch echt so kurz. Oh, ich bin das Hai. So. Nochmal. Zack, zack. Hier, drei, vier, fünf. Ja. Und zack. Und dieses Ding da unten besser nicht davon treffen lassen. Da, seht ihr das? Das schnappt nach uns. Und zack. Tricks sind zu hin. Zack. Hier wieder ein paar Eier holen. Und da können wir noch nicht rein. Und, und ihr habt gerade so riesen Eier-Augenbrauen gesehen. Denn das ist nämlich die riesen Version von dem Vieh da drüben. Ach so? Ich hab schon alles. Tja, das nimmt jetzt mal. So. Schlüssel. Ich sag' Schlüssel. Verpiss dich! Oh, zack. Tadam. Tadam. Schhaar. Oh, schade. Das wär jetzt Schül significa. Dadadadadadada. Damit haben wir die 100 Punkte, ich darf jetzt... Ohh... War ja klar. Fick dich! Fick dich jetzt! Am Arsch. Ah, zack. Hier oben könnten wir auch nochmal ein paar Sterne aufladen, aber wir haben ja jetzt 30. Los geht's! Erster Bosskampf in dem Spiel. Ach, Unkamek. Hey, Yoshi, willst du dem Baby wirklich helfen? Dann ziehe diesem Gegner erst die Hose aus. Alter. So. Und hier, Riesenversion. Ja, Hose hochziehen und Deckung. Ich will mich bloß nicht treffen lassen. Hopp, hierher in die Richtung und du bleibst mal weg. Ja, ihr habt's gesehen. Lass mich verarschen. Zack. Zack. Komm her. Oh, das war knapp. Das dürfte es gewesen sein? Ja. Oh, wird da jemand schames Rot? Luftballon. Oh, äh, 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 äh. Zack, 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 zack. So. 30 Sterne, 20 Münzen, 5 Blumen. 100%. 100 Punkte. Da, 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 da. So, das hätten wir auch. Was kam jetzt? Ah, jetzt kam's. Oh, naja. So. Weil ich noch Zeit hab, spiel ich einfach mal weiter. Donut Panik. Und das sind die Scrolling-Levels. Wir mögen sie doch alle nicht. Es gibt gefährliche Donut-Plattformen, die nach einer gewissen Zeit den Hals verlieren und runterfallen. Sei vorsichtig. Keine Bank. Ja, das sag ich jetzt zu euch und dann werde ich wahrscheinlich eh failen. Ah, hier sind die ganzen Dinger. Alter, komm, komm, komm. Heute noch. Nein. Hab keine andere Wahl jetzt gehabt. Nein, 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 nein. Ich hab's noch gefragt. Donut Panik nochmal. So, das da unten sind wir zwei normale. Blume her. Also, warum laggt das denn jetzt gerade? Also, Leute, sorry. Ich weiß nicht, warum es gerade anfängt zu ruckeln oder zu laggen. Ja, hier klärt sich eigentlich von selbst. Hierher. Hierher. So. Alter, hör doch mal jetzt auf zu laggen. Hör doch mal. So. Und hier die Blumen kommen jetzt gleich wieder. So. Fressen. Oh, na super. Ich kann jetzt einfach mal nur hoffen, dass da nur Sterne drin waren. Ja, wahrscheinlich. Hoffe ich einfach jetzt mal. So. Oh. Achso. Und Sternenring. Jawohl. Das sind, glaube ich, alles rote Münzen. Und her damit. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Wie viele braucht denn noch? Sieben stehen. Äh, 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 äh. Hierher. Zack. Oh. Denkst du, ich selte mit deiner Verkleidung nicht? Oh. Wieder ein paar Münzen. Äh, Sternen. Sternis. Alter. Also irgendwie fängt es gerade ziemlich an zu laggen. Warum auch immer. Alter. Das ist mit deinem Ernst. So. Jetzt mal runterlassen. Und jetzt mal hoffen. Und. Zack. 100 Punkte. Jetzt schau ich mal. Das Spiel wird mich eh wieder hassen. Nein. Schau wieder ein Bonus-Spiel. So. Das hätten wir auch. Und. Da. Es ist eigentlich in jeder Welt gibt es ein Bonusspiel. Und ja, ihr kennt es ja jetzt inzwischen. Ich will mal schauen, dass ich wieder drei... Aha. Komm, bitte keine Kamek. Oh, und? Ah, komm. Das wird jetzt Kamek sein. Nein. Ich werde es bereuen. Ich probiere es nochmal. Ich werde es bereuen. Nein. Hätte ich es mal nicht gemacht. Naja, egal. Also, im nächsten Part... Jetzt haben wir wieder zwei Level geschafft. Und ich würde sagen, im nächsten Part kümmern wir uns dann um Welt 1.6. Also, bis dahin. Euer Hash Ketchum. Tschüss.